So, wie schaut denn aus? Da dazwischen noch geh? Heißt ja, direkt aus. So, dann hätten wir das schonmal, oder? Darf ich sagen. Dann ist die ganze Sache schonmal bisschen grüner. Man könnte es natürlich noch bis dahinten ziehen. Dafür müssen wir ihn allerdings bei Dave da bis hinräumen. Der Baum da hin. 3 oder 2. Oder... Warte, wir sind weg. So, dann ziehe ich mal. Provisorisch. Bitte hier, oder? Passt, oder? Und da hinten Haus können wir immer noch irgendwas bauen. So, dann werden wir dazwischen mal die Sterne rein. Was sagst du denn? Passt du hier. Diese da. So, dann nehmen wir wieder zur Abwechlung ein paar Sträucher. Was schaut mit der Kohle aus? Haben wir, gell? Geht noch nicht aus. Die da mal pleite sind. Die da sind. Der war noch irgendwo, warte mal. Der war da oben. Die da oben. Die Azalee. Oder wie es heißt. Die da oben kommt. Die da oben kommt. Die da oben kommt. Da war's. Da war's. Ja, gimme mal. Ich darf mal sagen das war jetzt mal. mit dem Grün. Wie schaut denn auch so noch um? Passt, oder? Man könnte auch, warte mal. Da dazwischen könnte man vielleicht noch einen Steine werfen. Man könnte auch eine Figur nicht stellen. Eine Statue. So, dann möchte ich noch einen Weg haben. Und zwar vom Baumhaus bis der Oma. Und den finde ich bei den Geländeranschlüchen, oder? Steine im Floster. Die Flusssteine. Oder die Schiefer. Und das müssten wir noch am besten in einem Zug machen. Ja man, was sagt dazu? Das Zweig, oder Bräder? Den mache ich besser, oder? Ja gut, ich würde mal sagen, jetzt können wir losen. Weißt du schon. Da, warte mal, da hinten. Da könnte man noch ein bisschen Grün machen, warte mal. Erbsgraus. Stechendes Graus. Das ist schöner. Selbstverständlich ein bisschen Unkraut. Geht im Garten dazu. Okay, Mona. Das sieht man schon mal. Und dann möchte ich noch... Da muss ich noch ein bisschen Licht machen. Nicht, dass ich auch nicht da renne. Und dann nehmen wir halt... Nehmen wir die gleichen Lampen. Die Stufenlichter. So, warte mal. Und dann will ich den Nächsten. So hin, oder? In Abstand. Und dann... So bin ich ja du aus. Ich weiß, ey. Geht so hin. Dann muss ich aber die Pflanze noch hin. Wobei, die Pastole. Scheiße. Da geht's aber nicht. Na gut. Mach's ja so. Oh, das ist mir. No, bis in die Gäste. Wobei, warte mal. So, wie schaut denn aus? Pass auf, das ist das Ende erst einmal. Passt, oder? Ja, das ist ja. Ohne. Habt sich da unten ab. Von den billigen Nachbarn. So, dann möchte ich noch. Der Parkplatz. Der braucht ein bisschen dunkle Erde, den ich benutze. Objekte, nicht man? Ich brauche nämlich einen Anstrich. Und zwar bei Tageslicht. Und zwar brauche ich wieder meine Reifenspuren. Ich brauche, du kümmer. Oh, gut, du. Du kümmer. Ich brauche, du kümmer. So sieht das aus. Lacht das schon, oder? Oh, komm, Mona. Der Garten wird eigentlich fertig, oder? Fürs Erste. Für den Hütten müssen wir noch so liegen. Für den Stückel da. Jetzt könnt ihr allerdings noch, warte mal. Da auf vorn hat's. Hört mir da ein bisschen Blut. Und zwar machen wir da. Draußen kochen. Wo war denn die Feuerstelle? Die trochbare Feuerstelle. War das die einzige? Das war der Whirlpool. Wobei, der kann da hinten nicht passen. Warte, was ist das nächste Mal? Ne Halspipe, oh Gott. Bisschen grüßenwahnsinnig. Ein Trampolin. Das war die Tauberbesen-Arena. Die Feuerstelle, lass es brennen, Baby. Die, die Gina, hä? Und die Wir-Wir. Oh, hier. Oder warte mal. Spaß, vier. Und die andere? Tragbar. Wobei. Ach so, die auch. Und zwei plus auf die Umgebung. Wo ist die da? Ja, sag mal. Da her, oder? Einigermaßen mittig. Ist das mittig? Schon, oder? Mittiger geht's gar nicht mehr. Okay, Leute. Ich denke mal sagen, das war's mit der Bastelstunde. Wir haben's. Und beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter. Im Live-Modus. Bei den Sims 3. Bis dann. Und servas. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020